Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Debriefing aus der Spielebude. Ist das Mikro an, das Mikro ist an, alles funktioniert super. Und zwar geht es heute um das Spiel der Primaris Ultramarines gegen die 1000 Suns und 1000 Punkte Testspiel bei dem ganzen Moin Moin. Nein, einmal kurz durch die Kommentare gehuscht, einmal kurz geguckt, was war denn da gerade los. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. So wie bei den letzten Malen auch schon über Twitch, mache ich es einfach so, dass ich hier in den YouTube-Account reingehe und wir dann einmal durch die Kommentare durchflügen. Mittlerweile müsste auch alles mit Herzchen versehen sein, denn Herzchen heißt, das Teil wurde gelesen oder das Teil wurde sogar beantwortet. So, jo, genau. Und dementsprechend herzliche ich das meiste immer auch zum Wop-Geflüster. Äh, Debriefing heißt das Ganze. Mein Gott, das ist noch echt irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig Kaffee geflossen, glaube ich. Jetzt alle aber. Das war ein Testspiel, wie gesagt, ich wollte einmal eine ausschließlich Primaris Armee austesten und schauen, wie die sich im Vergleich zu den wirklich vielen Optionen, die man bei einem taktischen Trupp vor allem hat. Oder auch durch die komplett riesige Range der regulären, ich möchte mal Veteranen Space Marines, die man da zur Verfügung hat. Einfach mal vergleichen, wie funktioniert es mit dem Primaris, die ja von den Optionen deutlich runtergeschraubt wurden. Obwohl sie immer noch ziemlich viel an sich machen können, dadurch, dass alleine durch die Schattensperrbox ja einiges an taktischen Optionen durch neue Einheiten dazugekommen ist. So, pardon, ich musste kurz Beuchen machen. Hm, ich gebe mir Mühe, dass das nicht mehr so oft vorkommt. Oh, dann wollen wir doch mal schauen. Okay, und zwar, Puh dachte schon, Samstag ohne mega guten Battle Report. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe, nicht? Schön, dass wir deinen Samstag retten konnten. Und der Stefan wird von den 1000 Suns gemobbt. Definitiv. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Spielt der Stefan 1000 Suns, schmeißt er in der Regel ziemlich scheiße. Abgesehen von einem und der steht auch noch mit dabei beim Schämen. Schämen. Dann gucken wir doch mal eben gucken. Michael, die fiesen Ultraschlümpfe. Mann, Mann, Mann. Moin Tiali. Tod im falschen Imperator. Aber das wollte ich sagen, ich spiele ja beide Seiten nicht. Dann passt das ja auch schon wieder. Revanche dann mit den beiden Primarchen. Also eine Revanche auf jeden Fall mit den beiden Primarchen. Können wir sicherlich auch nochmal hinknoten. Bevor das kommt, werden aber noch die Miniaturen, aus der Schattensperrbox dringend bemalt werden müssen. Wobei das ja relativ einfach geht. Mittlerweile. Also wir machen das mittlerweile auch mit Airbrush. Das funktioniert recht schnell. Kommt auf jeden Fall. Der Sang of Shaman ist der härteste gewesen. Definitiv. Also der wird demnächst, glaube ich, als großer Demon Prince mal wieder ausfällig klatschen können. Das war schon ganz, ganz cool. So, dann. Der Ancient hätte nur eine Attacke gehabt zum Zurückschlagen, da das Banner nur eine Attacke erlaubt. Ich glaube, das ist so, ja. Ich persönlich überlege, ob ich da mit einem Ding von Age of Sigma durcheinander gekommen bin oder so. Weil da darf man dann noch einmal attackieren, bevor man die Modelle vom Feld nimmt. Und ich hatte mir das auf Battlescribe, weil ich den Kodex, das ich hier habe, ich hatte mir das da einmal noch angeschaut. Aber blöderweise direkt wieder weggeklickt. Das ist großartig. Also es gibt nichts Besseres, als ordentlich vorbereitet zu sein. Dementsprechend klicke ich nochmal an. Primaris Ancient. Blinke, blinke. Und Honor 4+. It can either shoot with one of its weapons or make a single attack. Ja, vollkommen richtig. Ich weiß jetzt nicht, hat er so viel umgeranzt? Ich glaube nicht. Na, mit seinem Pupsi-Schwert da. Aber ist vollkommen richtig. Die Fahne sorgt nur dafür, dass man eine einzige Attacke machen kann. Das hätte ich so nicht erwartet. Und ich finde, dadurch wird er auch weniger relevant. Eine Attacke ist schön, wenn man da ein absolutes Mörderviech hängen hat. Aber ich mir jetzt überlege, er mit Stärke 4 ohne DS eine Attacke. Ja, kann man machen. Ist nicht so gut. Dann muss man den eher hinter einer absoluten Ballereinheit stellen. Also ich sage mal, wenn man da jetzt 20, ach 20 darf man ja gar nicht nehmen, aber 10 Hellblaster davor stehen hat, dann macht das Sinn. Ja, muss ich mal gucken, wie ich den dann demnächst noch einbinde. Aber die Fahne ist einfach auch total schön. Vielleicht werde ich alleine wegen der Fahne die knapp 70 Punkte immer mal wieder mitnehmen. Dann fragt der Andi. Bei 1000 Punkten spielt man auf 4x4, genau. Und bei 2000 auf 6x4 auch. Das ist so, das steht ja als Empfehlung. Wichtig ist keine fixe Regel, die Games Workshop einem davor gibt. Aber eine Empfehlung anhand dessen, was man irgendwie auch an Miniaturen mit auffährt. Wie schaut es bei 1500 aus? Wir überlegen uns bei 1500 Punkten immer gemeinsam, welche Fläche macht denn jetzt gerade Sinn. Ich sage mal, wenn man jetzt 1500 Punkte Orgmob gegen Orgmob mit unglaublich vielen ganz normalen Boys spielt, dann kann bei 1500 Punkten zweimal Orgboys gegeneinander sicherlich die 6x4 Größe echt viel Sinn machen. Weil man ansonsten gar nicht weiß, wo man die Minis hinstellen soll und die sich alle auf die Füße treten. Wenn man jetzt eher elitäre Sachen nimmt, sagen wir mal 1500 Punkte, Imperial Knights versus Custodes, dann kann man auch gut auf 4x4 spielen. Vor allem ist es dann neben dem, ich sage mal nochmal so eine Entscheidung, möchte man vor allem viel über Missionsziele und über Taktik machen. Auch dann würde ich wahrscheinlich bei 1500 Ähren zu 6x4 tendieren. Oder man sagt, nee, wir wollen vor allem unfassbar viel Action haben. Wir wollen direkt in den richtigen Reichweiten sein. Keiner soll irgendwie groß doof wegrennen können, sondern wir moppern uns alle gegenseitig zu Klump. Auch dann ist eine 4x4-Fläche natürlich deutlich attraktiver, weil wegrennen gibt es nicht. Und man hat so ein bisschen diesen, ich sage mal diesen Kill-Team-Effekt, der passiert ist, als man Kill-Team auf 30x22 runtergestuft hat. Direkte, schnelle Action. Aber es gibt halt keine wirkliche Empfehlung irgendwie bei 1500 Punkten. Das würde ich immer mit dem Gegenspieler absprechen. Also zum Beispiel, auch wenn das Video logischerweise noch nicht online ist, weil wir das erst am Montag gedreht haben, da hatten wir 1500 Punkte Necrons gegen 1500 Punkte Space Marines. Und ich hatte einen großen Monolith mit, wo jede Menge Punkte reingeflogen sind. Und dann waren bei den Seiten der Ultramarines waren Landrailer und Repulsor mit. Das waren auch große Modelle, wo viele Punkte drin waren. Dementsprechend haben wir gesagt, ja komm, hier, wir wollen uns sowieso direkt mal moppern und beschießen. Lass uns 4x4 nehmen. Alles vollkommen im grünen Bereich. Wie gesagt, hätte man jetzt da gesagt, ja, ich möchte aber gerne weit über irgendwelche, na, was ist das denn hier? Das ist schon wieder das Ding, womit ich immer die Twitch-Sachen auch wieder runterziehen muss. Hätte ich da lieber mehr über Missionsziele gemacht, dann hätte man auch 6x4 nehmen können. Macht's, wie ihr das gerne mögt und wie ihr es gut findet. Dann, also, vielleicht habe ich nicht zugehört, aber ihr spielt generell mit 1. Runde Schocktruppen reinbringen. Ja, ich fand auch, dass es eine gute Entscheidung war mit 4x4. Da war viel Action am Start. Ja, wir spielen immer noch mit in der 1. Runde Schocktruppen reinbringen. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, wann sind die Videos gedreht worden und wann ist dieses Debriefing quasi gedreht worden, beziehungsweise wo sind wir jetzt gerade live. Wir haben es den 27.03., Mittwoch, 27.03.2019. Das heißt, wir sind am Morgen vor der großen Adepticon-Ankündigungsnacht von Games Workshop. Aktuell ist wieder die Adepticon und Games Workshop hat ja schon Bescheid gesagt, dass die heute Abend oder im Verlauf der Nacht jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich A, über die Warhammer Community Page einiges an coolen Neuheiten ankündigen wollen oder anteasern wollen, je nachdem, was da kommt. Vielleicht kommt einfach nur ein neuer Warcry-Schriftzug, aber vielleicht kommt auch viel mehr an Informationen dazu. Auf der anderen Seite haben sie schon angekündigt, dass im Rahmen der Adepticon ja das neue FAQ, das 1. 2019 rauskommen soll, wo sicherlich auch wieder einige Regelanpassungen sind. Warum diese Ausschweifung aus dem einfachen Grund? Bis jetzt aktuell ist es mit dem Reinschocken eine Beta-Regel und der Übersicht halber haben wir uns dazu entschlossen, nicht mit Beta-Regeln zu spielen, sondern immer mit den, ich nenne sie mal, verifizierten Regeln. Also während das Video gedreht wurde und jetzt gerade beim Live-Debriefing ist es so, dass dieses Schocken in Runde 2 noch eine Beta-Regel ist, eine nicht verifizierte Regel, sondern sich aktuell noch im Prüfstatus befindet. Aber nur in Anführungsstrichen. Denn da würde ich mal ganz fest von ausgehen, wenn heute Abend die neue FAQ dann freigeschaltet wird, wird sicherlich das Reinschocken in Runde 1 nicht mehr einen Beta-Status haben, sondern wird in irgendeiner Art und Weise klargestellt werden. Ich persönlich würde beim Lesen des Jeans-Sealer-Codex davon ausgehen, dass heute Abend das zu einer regulären Regel wird, dass man ab Runde 2 schockt, so wie es bei den Editionen vorher auch so war. Vielleicht fällt es auch flach und man schockt noch in Runde 1. Das würde mich überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ab der FAQ wird dann klar sein, okay, was ist dann die richtige Regel. Und so wie es da dann drin steht, als feste Regel, als verifizierte Regel, sag ich mal, werden wir das dann auch spielen. Sollte es wieder eine Beta-Regel werden, auch das würde mich persönlich überraschen, würden wir es nach wie vor nicht aufnehmen. Es sei denn, ihr rebelliert alle und sagt, wir wollen jetzt aber endlich, dass diese Beta-Regel zusammen mit anderen Beta-Regeln aufgenommen wird. Dann habt ihr natürlich das große Abstimmungsrecht. und ich denke, wenn jetzt heute Abend wir da irgendwelche großen Beta-Stars da sind, wo ihr dann alle sagt, yo, das finde ich großartig, dann können wir das gerne mal bei YouTube als Abstimmung machen. Weil da sollt ja vor allem ihr wissen, was ihr machen könnt oder was ihr sehen wollt. Nur wie gesagt, haben wir halt im Moment für uns klar, wir spielen nur mit den Offiziellen. Schön wäre es, wenn es irgendwas mit Dropouts geben würde, das ist richtig. Auch das wäre für mich ein ganz wichtiger Teil, wenn jetzt in der FAQ zum Beispiel klar ist, in Runde 2 wird nur geschockt, dann würde man natürlich die Dropouts, also auch als Analogie zu allen vorherigen Editionen, die es da gibt, dann wäre es natürlich großartig, wenn man ebenfalls analog zu den ganzen anderen Editionen die Hälfte aufgrund seiner Dropouts in Runde 1 schocken darf. Das wäre dann ziemlich cool. Ja gut, auch das Schocken in Runde 1 kann man durchaus mal vergessen. Ich habe es auch schon erlebt, da habe ich sogar selber das Schocken bis Ende Runde 3 vergessen. Da war leider die Einheit weg. Ist dann doof, kann passieren. Aber wie gesagt, im Moment ist es noch in diesem Moment offiziell eine Beta-Regel. Die FAQ-PDF-Datei wird natürlich schon fertig sein im Hause Games Workshop. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt auf heute Abend. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Denn gerade dieses Schocken, was jetzt auch da wieder angesprochen wurde, wie wird mit Schocken in Runde 1 umgegangen, das ist jetzt seit einem Jahr in einem Beta-Status. Das heißt, seit einem Jahr gibt es da immer wieder Irritationen, weil auch bei uns in der Local Community, ich sage mal 90% spielen mit Beta-Regeln. Die nehmen sowohl das Schocken als auch diesen besseren Bolter-Drill etc. und sind da unfassbar froh mit und kommen da relativ gut mit klar. Aber da sich unglaublich viele Leute gefreut haben, dass die 8. Edition dahin gehen soll, dass sie einfacher ist, nicht häufiger ihre Regeln wechselt, wie ein normaler Spieler seine Unterbuchse, haben wir nach wie vor für uns erst mal klar, wir wollen nicht diese ganzen Beta-Regeln wieder mitmachen, weil das in der 7. Edition, da weiß ich, da haben wir diesen First Pick, da sind es nämlich angefangen mit den ganzen Beta-Sachen oder mit den Test-Regeln, die dann zu FAQs wurden und so weiter, was, ich sage mal, grundsätzlich ein schönes lebendes Konstrukt ist. Aber da sind es damit angefangen und da haben wir einfach mal mitgemacht und es war halt ein tierisches Durcheinander, weil, ich sage mal, man hatte das dann so, man hat ein Video, haben wir gedreht, dann dauert das eine Woche bis zwei, bis es dann fertig geschnitten und online ist. Da war dann teilweise schon, gab es die Regel dann gar nicht mehr oder spätestens dann ist das Video rausgekommen und zwei Wochen später wurde dann wieder alles dann aufgrund des Community-Feedbacks nochmal umgestellt und da sollte man nochmal ausprobieren und man wusste später bei den Videos gar nicht mehr so richtig, dann so richtig, ja, ich sage mal, was für eine Beta war denn jetzt gerade da? Da haben wir vorher immer eine Einleitung gemacht, erstmal, das ist unser Beta-Status, an dem Tag drehen wir und so sind jetzt gerade die Regeln und nicht so wie da an dem Punkt, wo ihr eventuell das Video seht. Das war ein bisschen durcheinander. Deswegen, wie gesagt, im Moment keine Beta-Regeln, aber ich freue mich da drauf, dass vor allem, oder wenn heute Abend, dann zumindest bei dieser einjährigen Beta-Regel, die ja da in diesem einen Jahr auch schon mal dann wieder umgestellt wurde, wenn es da heute Abend dann jetzt mal eine Klarheit gibt. Das war ein langer Teil zum Schocken und ich finde, das zeigt allerdings natürlich auch so ein ordentliches Stück weit, wie sehr ist gerade diese Beta-Regel bei vielen in den Köpfen drin und präsent und wie ist es, wenn an unterschiedlichen Stellen Regeln ausgetestet werden oder nicht. Ich habe es nach wie vor eher so ein Stück damit, wenn ich jetzt bei uns zu Hause beziehungsweise bei uns im Laden unser Warenwirtschaftssystem anmache, wo wir unser Geld mitverdienen müssen, weil die Kasse, Webshop, alle Anbindungen irgendwie darüber laufen, dann würde ich grundsätzlich, weil da einfach unheimlich viel dran hängt, würde ich niemals auf die Idee kommen, das Ding live zu schalten und ernsthaft damit arbeiten zu wollen und dann eine Beta-Version zu nehmen. Sondern dann nehme ich immer die etwas vielleicht von den Optionen eingeschränktere, aber dafür verifizierte und stabile Version, die jetzt gerade eine reguläre ist. Also da würde ich zum Beispiel, wie gesagt, nie mit einer Beta-Version dann spielen. Bei Warmer machen das im Moment relativ viele und da kommt es halt dann immer zu diesen Irritationen. Ja, aber da waren wir da. So, wo bekommt man die schönen Markermünzen her? Diese schönen Markermünzen bekam man grundsätzlich in der siebten Edition mit dem großen Space Marine Codex, wenn man den sich als, ich glaube, 100 Euro hat er damals gekostet, als Special Edition geholtert hat. Da waren dann extra schicke Missionsziele drin, das ganze Ding war in einem fetten Schubball, unglaublich wertig, unheimlich cool und da waren halt auch diese Münzen dabei. Also in der siebten Edition hatte man es sowieso häufig, dass man die Missionsziel-Marker als Münzen bekommen hat, jeweils in den Collectors Editions für die jeweilige Fraktion, die man gespielt hat. Aktuell bekommt man sie offensichtlich bei uns im Laden, denn wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, müssen wir grundsätzlich Missionsziel Nummer 4 proxen. Da scheint irgendjemand die Münze besonders schön gefunden zu haben und sie dann mal sich in die Tasche gesteckt zu haben. Nein, natürlich bekommt man sie nicht im Laden, wenn ich da beim Klauen erwische. Da kriege ich aber mal Kasala hier, unglaublich. Ne, dementsprechend da sind sie raus. Vielleicht werden die in den nächsten und kommenden Collectors Editions ja auch wieder mit drin sein, weil natürlich braucht man jetzt keine, was ist das, 35, ne gar nicht 40, ich habe, glaube ich, damals die Kodizes gekostet von Space Marine, es ist knapp 40 oder so. Also, das sind keine 60 Euro, die man dabei hat, ne, an Mehrwert. Aber es ist trotzdem schon ziemlich cool gewesen und hat mich dazu veranlasst, auf jeden Fall die Collectors Edition zu holen. So, dann kommt noch ein Battle Report zu Shadowspear. Wenn du damit meinst, ob wir von der Story noch irgendwie was nachspielen, dann bin ich mir da nicht ganz so sicher. Also, wir haben immer mal wieder, dass wir auch dann so ein paar Kampagnen mit dabei machen. Allerdings war es bei den letzten beiden Kampagnen so, da gab es unheimlich viele Leute, die das nicht gut fanden, weil die Missionen einfach da sehr zugeschnitten auf die Story, die im Hintergrund steht, sind und dementsprechend recht klar ist, welche Seite eigentlich gewinnen wird, weil die viele Vorteile hat. Darum haben wir im Moment erstmal davon Abstand genommen, diese Kampagnen-Missionen zu spielen, aufgrund des Feedbacks vom letzten Mal. Von den Einheiten, beziehungsweise von den Armeen her, definitiv, ne, also die bauen wir ja gerade auf. Da werdet ihr auf jeden Fall einiges von sehen. Dann hier, woher stammt die Regel, dass man für Hindernisse in der Schussbahn Deckung bekommt, und das ist so ein Stück aus dem Regelbuch jetzt, also einmal eine Deckung, da muss man dann drinstehen und sonst was. Dann mit Hardcover ist die Version, dass man, sag schnell hier, dass man Städte kampfert, genau, das ist, jetzt hätte ich fast Generous Handbook gesagt, nein, das ist das Enomine Imperatoris 2018, und der Teil, dass man nicht mehr drinstehen muss, der ist, ich sag mal, aus dem Bauch heraus eventuell dadurch entstanden, dass bei größeren Modellen dabei steht, die Abadons müssten eigentlich, also passend da sein, ja. Die sind dadurch, pardon, jetzt zwei Sachen gleichzeitig, ich kann voll kein Multitasking. Also, ja, aber da müsst ihr hinhauen. Dann nehmen wir den Teil jetzt. Bei großen Modellen steht, dass sie im Gelände stehen müssen und 50% verdeckt sein müssen. Das heißt, da stehen diese beiden Träger. Dementsprechend kann das gut sein, aus dem Bauch heraus, dass wir dann die, die daraus für uns selber hatten, weil dieses im Gelände stehen nochmal extra mit drin ist, dass man es da nicht machen muss. Jetzt bin ich aber gerade am Hin und Herdenken und Überlegen, denn es gibt bei HR Siegmann eine sehr ähnliche Regel und bei einem der beiden Systeme haben sie das glücklicherweise umgeschrieben. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das dann in das andere System offensichtlich mit rein implementiert haben. Und zwar ist es so, dass in einem der beiden Systeme auf jeden Fall gesagt wurde, Yo, wenn jetzt die Einheit entweder im Gelände steht oder zumindest 50% verdeckt wird, dann triggert die Deckung. Ich sage mal, angenommen man hat ein großes Haus und ein Org-Plop von 30 Leuten steht da drin und zum Teil auch dahinter und man sieht die fast gar nicht, sondern man sieht maximal halt 50% bzw. 3-4 Füßchen. Dann darf man draufschießen. Und wenn die dann keine Deckung bekommen, weil einfach dieser Trupp so groß ist, den sieht man aber trotzdem nicht, weil er hinterm Haus ist, dann wäre es totaler Bullshit. Und ich weiß, wie gesagt, dass sie in einer der beiden Versionen den Text dementsprechend und sinnvoll dahingehend ergänzt haben, dass entweder man komplett drinstehen muss oder zu 50% verdeckt ist. Kann aber jetzt ehrlicherweise nicht sagen, ob es Age of Sigmar war oder Warhammer 40k. Wird aber das System, bei dem es war, da werden wir wahrscheinlich, dadurch, dass ich mich auch richtig daran erinnern kann, welches der beiden Systeme das war, das in das andere mit adaptiert haben, weil es einfach sinnvoll ist und alles andere totaler Käse wäre. So, ja. Ich glaube, das passt dann so. Falls irgendjemand von euch eine Idee hat, in welchem der beiden Systeme man das gut geändert hat, dann sagt mal eben Bescheid. Dann, die alten Chaos Space Marines gibt es nicht mehr im Games Workshop Shop. Wie passt das denn bitte in die Lore, dass die plötzlich größer sind? Haben die überhaupt zu viel Fruchtzwerge gefuttert oder was? Nö. Grundsätzlich würde ich sagen, sind die Chaos Space Marines, die es vorher gab, von der Miniatur her auch einfach zu klein. Denn die Primaris Marines sind jetzt, wenn man sich so anguckt, wie werden Space Marines beschrieben im Vergleich zu der Größe eines Modells, zum Beispiel vom Astro Militarum, dann sind die Primaris Marines jetzt so groß, wie eigentlich ein Space Marine im Vergleich sein müsste. Und, also auch ein normaler Space Marine, kein Primaris Marine, sondern ein normaler Space Marine sein müsste. Und die Chaos Space Marines sind ja ungefähr nur so groß als Miniatur, wie auch ein Typ vom Astro Militarum. Und das passt nicht. Was sind die? Ich glaube, 2,40 Meter, 2,50 Meter soll ein normaler Space Marine groß sein. Und der normale Astro Militarum Soldat, 1,70 Meter oder so. Das heißt, die Größe der alten Miniatur, sicherlich auch durch die damaligen Techniken, wie man die Güsse und die einzelnen Spruce hergestellt hat, geschuldet, waren zu klein im Vergleich zum Astro Militarum Soldaten. Insofern sind es natürlich immer noch ganz normale Chaos Space Marines in ganz normalen Space Marines Rüstung. Aber die Miniatur ist größer als die alten und dementsprechend deutlich näher an dem dran, wie eigentlich das Größenverhältnis sein müsste. Das ist der Hintergrund. Und der passt eigentlich dann auch so ganz gut. Also da hat, die sind nicht gewachsen oder so, sondern einfach dein Püppchen vorher war zu klein. Tja, ne. Kann sein, dass jetzt die alten Chaos Space Marines Modelle ganz neidisch werden auf ihre neuen großen, aber das passt. Denn auch bei der Death Guard zum Beispiel, muss man gucken, oder bei den Thousand Suns, da haben sie natürlich den Scale von den neuen schicken Miniaturen angehoben, da man sicherlich jetzt bei Games Workshop ganz andere Möglichkeiten hat, die Form als solche zu ziehen und auch einfach mal das Miniaturendesign ein bisschen anders zu bestimmen. Nämlich mehr so, wie man es auch wirklich dann nochmal braucht. Sieht man an den Details, sieht man am neuen Plastik und Ähnlichem. Und genau, so wie es Kong sagt, die Space Marines aus den Heroes Boxen haben die gleiche Scale wie auch die neuen Chaos Space Marines. Also das passt schon ganz gut da. Und darum sind die dann größer. Jetzt sind da einige, die finden es ziemlich doof, dass man die alten Chaos Space Marines auslaufen lässt und neue Sets herstellt. Ich persönlich finde es gut, weil ich sage mal, also jetzt mal Hand aufs Herz, wer bräuchte zwei unterschiedliche Packungen Chaos Space Marines, einmal alt, einmal neu. Also wenn du im Laden stehst und du hast einmal die alte und einmal die neue Packung, dann wirst du dir logischerweise die neue Packung mitnehmen. Mal auf die 3,50 Euro oder was das Ding mehr kostet, gefiffen. Ich habe jetzt für die Black Legion, über die ihr abgestimmt habt, habt neben den Schattensperrboxen auch eine Start Collecting Chaos Space Marines zusammengebaut, wo logischerweise der alte Chaos Space Marine Trupp drin ist. Und beim Zusammenbauen des alten Chaos Space Marine Trupps muss ich ganz ehrlich sagen, Hand aufs Herz, ich freue mich total darauf, wenn endlich die neue Packung raus ist. Ich hätte ja mal hart im Strahl gekotzt, weil ich einfach die neue Art und Weise, wie Games Workshop Miniaturen designt und auch den Aufbau, diesen Modellbaucharakter der Miniatur plant. Einfach ultra lange schon kenne und total großartig finde. Und bei den Chaos Space Marines merkt man, wie auch bei einem taktischen Trupp oder bei noch älteren, ich sag mal, nochmal Astra Militarum bei dem Mannekes, da merkt man einfach, dass da von dem Herstellungsdatum damals, also in ganz, ganz lange, da war ich noch total jung und frisch, zu heute enorm verbessert haben. Also erstmal ohne Flachs, man hat heute ja auch ganz viele Waffenoptionen, die hat man bei den Chaos Space Marines auch. Ich brauchte aus dem heraus, dass ich gelernt habe und vor allem mit dem Spielen gestartet habe, mit diesem Switch eigentlich zu den neueren, deutlich durchdachteren Aufbau weisen, brauchte ich erstmal eine Zeit lang, bis ich herausgefunden habe, okay, du hast gar keinen Bolterarm. Und wer es nicht kennt, mal kurz aus der Erfahrung heraus gequasselt, wenn man den alten Chaos Space Marine Trupp sich zusammenbaut, dann hat man einmal einen Arm mit einer Faust und du hast einen anderen Arm, der hält quasi die Waffe in der Hand. Wer Space Marines spielt, das machen ja deutlich mehr als Chaos Space Marines, da hat man quasi hier auch diesen Arm mit der Hand, die offen ist, so, ne, hier, das kennt er wahrscheinlich, und hat hier den Arm an der Stelle abgeschnitten und klebt dann hier eins zu eins einmal die Faust mit dem Bolter dran oder die andere Waffe, je nachdem, was man haben möchte. Bei den Chaos Space Marines waren sie noch findiger damals. Da hat man die Faust schon da und man hat, damit man den Bolter irgendwo, keine Ahnung, wohin kleben kann, als optische Raffinesse, hat man, ich sag mal so ein, ja, die Sucht, das ist richtig, hat man so einen kleinen, wie heißt denn das Ding, da wo auf jeden Fall der Trigger auch dran sitzt. Also da wo der Hebel dran ist zum Schießen, diesen kleinen Haken, den hat man auch dran gemacht, dann kannst du den Bolter nehmen und kannst den, weiß ich nicht, aufs Rhino kleben und sagen, hier, das ist, ne, da sind sie, da können sie sich was abholen. Wenn ich allerdings diesen Bolter an den Chaos Space Marine, an den alten, ankleben möchte, dann muss ich genau diesen Teil mit dem Trigger komplett abknipsen und klebe dann einfach den Bolter mit dem, was ich abgeknipst habe, auf die Faust oben drauf. Das war wahrscheinlich damals großartig, weil man individualisieren konnte und wie gesagt, einen Bolter irgendwo hin kleben konnte und den nicht einzeln brauchte, weil der halt blank da war. Aber wenn da halt die sehr, sehr cool neuen Arten, wie man, wie Games Workshop die Sets designt kennt, dann kotzt er halt echt im Strahl. Also, boah, habe ich mich aufgeregt. Weil man muss ja einfach sagen, das ist total frickelig, man kriegt das nicht oben drauf. Ich sage es da mit der Pfeile irgendwie, damit da ansatzweise mal die Gaps nicht vollkommen verhunzt sind. Und wenn ich mir dann überlege, was machst du heute? Heute hast du bei einem Space Marine hier diese Schnalle, die der hier vorne drüber hat, hast du da und hast dann hinten an der Waffe dann die Hand so, dass du die 1 zu 1 mit einer richtig großen Fläche irgendwie zusammenkleben kannst. Und das sitzt alles. Du kannst trotzdem noch super individualisieren und denkst dir, oh, erstklassig. Und dann hast du das alte Set. Dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, vom Bauern her, ich freue mich darauf, dass die neue Modelle bekommen, die einfach ein bisschen größer sind, die nochmal deutlich schicker sind, die trotzdem aber, finde ich, absolut den Charakter von Chaos Space Marines haben. Ist ja nicht so, als hätten sie da irgendwie jetzt, Gott weiß, was an Design groß geändert. Ist ja nicht so ein riesen Design-Changer wie von Primaris Marines zum Beispiel zu taktischen, dass das Backpack alles Mögliche irgendwie anders ist. Sondern die wurden einfach ein bisschen größer, haben ihren Charakter behalten und sind vom Bauen her einfach mal an die heutige Zeit und an das, was, ich sag mal, vom Bauen her deutlich mehr Spaß macht, angeglichen. Und es wird als neue Plastik benutzt, was auch einfach deutlich besser klebt. So. Jo. Das ist natürlich meine. Jetzt sind hier, wenn ich das auch auslese, ein paar so weit und sagen, so, ah, verdammte Axt. Ich habe ja schon 30 oder mehr. Habe jetzt keinen Bock, mir die neuen zu holen. Das ist ja auch ganz schön. Braucht er ja nicht. Also, ich habe zum Beispiel, wenn ihr das Video gesehen habt, wo es um die Shadowspear Box geht, in der Shadowspear Box sind die Miniaturen vorgegeben, was die an Waffen haben. Man hat vier mit einer Pistole und so weiter und hast nicht gesehen. Und ich habe zum Beispiel diesen taktischen Trupp, der, oder den Chaos Paceman Trupp aus der Start Collecting genommen und habe mir daraus einen Typen mit einem Banner gemacht. Ich habe mir einen Chef mit einer, ich glaube, mit einer E-Faust gemacht und die gehen zu den acht Leuten aus der Shadowspear Box mit, äh, mit den Pistolen und dem Kettenschwert. Und die anderen habe ich genommen, um einfach ganz normale Chaos Space Marines zu dem, zu den Neuen als richtiger, in Anführungsstrichen, ich sage mal, taktischer Trupp mit dicken Wummen, äh, um die da hinzuzufügen. Und, äh, ja, die sind ein bisschen kleiner, aber da musst du dir auch nichts vormachen. Steht da jetzt ein Zehner Trupp und da stehen dann irgendwie drei Alte drin und, äh, der Rest ist voll mit Neuen, die dann auch ihre Posen dann da irgendwo in der Gegend rum haben, dann wirst du vor allem bemalt auf dem Feld nicht anschließend den Unterschied groß merken und wirst, ah, das vorne, das ist mein Alter. Wenn ihr mischt und ihr habt schon 30 Space Marines, dann wird man wahrscheinlich eher durch euren mittlerweile gewachsenen Bemalstand den Unterschied, äh, merken. Haben die neuen Chaos-Typen die gleichen Probierwerte? Also bei den normalen Chaos-Space Marines, da hat sie ne Völle getan. Genau. Also das dazu, ihr könnt super die Neuen mit den Alten kombinieren. Und wie gesagt, ich mache es sogar in einzelnen Trupps. Was mir bei dem, äh, Primaris nicht gefällt, äh, sagt, äh, Morai, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, ähm, dass ihm zu viele Optionen drin sind, beziehungsweise nein, dass, äh, dass bei den Primaris nicht so viele Optionen drin sind und der Konrad sagt, aber das ist ja quasi das Gute daran. Unabhängig davon, ob es gut oder ob es schlecht ist, ähm, würde ich einfach sagen, es passt ganz gut, weil man wird sicherlich bei den Primaris auch wieder einiges an, an Miniaturen und an Einheiten haben. Das, das sieht man ja jetzt schon, ne. Äh, man hat die Hellblaster, man hat, äh, die mit der dicken Autocannon, die rein schocken dürfen als Heavy Support, man hat die Schnellen dabei, man hat Scouts, aber man hat, ich sag mal, ein, im Groben immer ein Waffenprofil pro Einheit, was man sich als neuer Spieler nur merken muss. Wenn ich mir dann jetzt allerdings auch dann, oder wenn man dann dazu nimmt, wozu sind die Space Marines da, dann sind sie natürlich die Poster Boys, logischerweise. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Poster von Games Workshop beinhalten in der Regel Space Marines, es sind einfach die Protagonisten dieses Universums. Äh, ganz, ganz wertneutral mal gesagt. Das heißt, viele Leute, die einen ersten Kontakt haben mit der Materie, werden sicherlich auch äh, nicht selten zu den Protagonisten dieses kompletten Universums spieltechnisch greifen. Und da muss dann natürlich, oder ist es natürlich super als Einsteiger, wenn ich dann nicht, so wie bei den alten taktischen Truppen, äh, 10 Millionen Optionen habe, aus denen ich irgendwie mal wählen kann. Denn, ähm, wer das Review von der achten Edition vielleicht noch kennt, ich habe mich total gefreut, dass die Raketenwerfer in dieser Edition unfassbar gut geworden sind. Denn jeder Space Marine Spieler hatte vorher einen Raketenwerfer. Die waren immer total beknackt, weil die waren schwer, die durftest nicht mehr abschießen, sobald du auch nur einmal kurz deinen C bewegt hast. Und im Spiel, in den Editionen vorher, hat man diese relativ selten genommen, vor allem nicht, wenn man 10er Trupps gespielt hat, die auch noch in Rhinos durch die Gegend gefahren sind, weil die waren unnütz. Aber die sahen geil aus. Ja. Und, äh, dann hatte man auch 10 Millionen unterschiedliche Waffenoptionen, die man auch noch als Kombiversion irgendwie drankleben musste. Hat mich früher beim Einstieg echt überfordert. Da finde ich für Einsteiger das System ziemlich cool, dass man einen Trupp hat und der macht X und der schießt. Du kannst jetzt noch sagen, okay, der hat jetzt eventuell noch einen Granatenwerfer unten drunter. Super, läuft. dann hast du die Option bei den Hellblastern, dass du da drei unterschiedliche Arten von Hellblaster oder von Plasma-Waffen drunter schrauben kannst und nimmst dann das, was du schick findest. Solltest du dich da mal verbaut haben, kann man aber trotzdem noch relativ entspannt sagen, okay, ich habe dem zwar jetzt das dicke Backpack gegeben mit dem Plasma-Gedönse, aber ich nehme diese gleiche Waffenoption, die in der Dark Imperium-Box drin ist. Weil du hast immer noch an sich das gleiche Waffen-Symbol, beziehungsweise die Waffe sieht sehr ähnlich aus. Das kannst du machen. Wenn du jetzt irgendwie einen Raketenwerfer in der Hand hast und dann sagst du, ja, aber das wird jetzt gerade mal ein Melter, dann kann das schon mal zu Irritationen führen oder bei ähnlichen anderen Proxy-Kombinationen. Von daher finde ich, ist das neue Design einfach unfassbar einsteigerfreundlich dabei. Und auf der anderen Seite, wenn es um die Variationen geht, was möchte ich gerne mit meinen Space Marines machen, dann habe ich dank der Shadow Spearbox mittlerweile einen sehr großen Fundus an unterschiedlichen Einheiten, die ich dann picke. Also ich wähle mir nicht eine Waffe aus, sondern ich nehme mir wirklich eine einzelne Einheit und dann geht ab die Post. Und auch das finde ich, das passt ganz gut, weil ich hatte zum Beispiel damals bei meinen Devastoren hatte ich nicht vier Laskars drin. Ich würde aber grundsätzlich wahrscheinlich, oder ich habe grundsätzlich Devastoren eher so gespielt, dass ich natürlich einen Laskar-Trupp habe, weil der muss Fahrzeuge oder irgendwas Starkes wegmachen. Die Konsequenz daraus war, dass ich sowieso zwei Truppen brauchte, die dann alle die gleiche Waffe haben. Das heißt, ich habe die damals schon so gespielt, wie man sie heute kauft und dazu bucht. Immer mit diesen, die Spezialisierten immer mit den gleichen Waffen, um zu sagen, ah okay, da geht jetzt ab die Post. Oder natürlich einen Trupp mit dicken Meltern und dann auch wirklich einen Vierertrupp mit Meltern zusammen und dann mussten die einfach mal vor den Gegner, damit die alle geschossen haben. Da hätte es für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, da zu sagen, okay, ich packe da zwei Melter, eine Laskar und ein Dings rein, weil und was weiß ich, ein Heavy Bolter, weil wenn ich vorne ein Fahrzeug wegmachen möchte und vor allem damals war es so, ich durfte nicht den Beschuss aufteilen, dann hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, mit einer 12-Zoll-Waffe sich vorne hinzustellen, da zwei Mannekes reinzusetzen, die dann mit ihrer 12-Zoll-Waffe da vorne stehen, gleichzeitig noch eine Laskar mitzuhaben, die eigentlich 48 Zoll hat und einen Bolter, der bei dem Fahrzeug damals nichts ausrichten konnte. Also da finde ich, ist der ganze Teil schon ganz, ganz schön als Einsteiger-Version. Dann, die Frage ist halt, ob nicht auch einer der Gründe, weshalb so viele Space Marines spielen, ist, dass man die förmlich hinterhergeworfen bekommt. Überall sind die drin, größtenteils neue Sachen. Ja, richtig. Wobei, ich glaube, das ist so eine Frage wie mit dem Hut und mit dem Ei. Natürlich sind überall Space Marines drin, deswegen spielen auch alle Space Marines, aber wie gesagt, ich denke einfach, dass es auf der anderen Seite auch daran liegt, dass die von der Geschichte her die Protagonisten sind. Und ich glaube, wenn ich mir halt überlege, wie viele Leute Warhammer spielen, weil sie die Lore großartig finden, man braucht einfach, denke ich, eine Protagonisten-Fraktion. Die muss da sein. Man kann auch sagen, ich identifiziere mich trotzdem mehr mit dem Antagonisten des Chaos oder so. Das ist klar. Aber ich denke, um einen roten Faden durch sowas und wie lange gibt es jetzt Warhammer 40k? Seit über 30 Jahren. Ich glaube, damit man einen roten Faden da durchspinnen kann, braucht es immer einen Overhead. Nehmen wir mal einfach StarCraft mit dabei. Ist ja da ähnlich. Da hast du auch dann deine Dudes vorne immer drauf. Egal, ob du jetzt anschließend die Serg oder die Protos heißen sie, glaube ich, ob du die lieber spielst. Aber erstmal hast du auch da deine Protagonisten-Fraktion. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Bindung ganz gut ist. So, damit wären wir mit den Kommentaren durch. War doch länger als gedacht. Fast 40 Minuten. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, postet es gerne hier unten drunter. Ja, ja, wird es. Wird es. Older Impost. Ansonsten kannst du dir das hier auch bei Twitch nochmal angucken. Das heißt, sobald ich auf Endstream gedrückt habe, ist es sowieso da und ich glaube, man kann auch hier im Stream hin und her zappen. Das haut auf jeden Fall hin. Herzlichen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass auch noch so viele dann doch wieder dann im Chat mit dabei waren. Wir sehen uns live spätestens nächste Woche Montag wieder. Ich bin total gespannt auf heute Nacht, auf die ganzen Sachen. Mal gucken, ob wir da eventuell vorher nochmal einen Livestream starten, um einfach zu schauen, was gibt es denn da ab heute Nacht alles Neues. Denn ich bin ja da echt saumäßig gespannt drauf, dass es auch ab dem Dreh am Samstag sowieso schon relevant wird. und ich bin so gespannt, wie jetzt die Regelung nach einem Jahr mit dem Schocken ist. Mal gucken, mal gucken. Für morgen würde ich sagen, packen wir es. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Immer fein, weiter morschen.